So Freunde, da sind wir wieder zurück, während Philipp hier mit dem übelst krassen Heli rumfliegt. Keine Ahnung, was der kann. Den sehen wir zum ersten Mal. Ich kann jetzt den Raketen, ja. Jawohl, Freunde. So, werde ich euch mal zeigen, wo wir jetzt sind und was wir vorhaben. Also, wir werden jetzt Richtung Sicherheit gehen. Die beiden Borgons hier noch platt machen, die einen kennen wir noch nicht mal. Den Zwischenboss haben wir ja irgendwann schon mal platt gemacht, den der Plaga war das noch. Den dann auf El Muro, sodass wir dann die Sicherheit fertig haben als nächstes. So, Sicherheit haben wir jetzt hier einmal das Flor de Oro Gebiet, quasi. Ist jetzt ein 5er Gebiet, muss man ein bisschen aufpassen. Und dann noch Montujog. Keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, ist auch scheißegal. Auf jeder Fälle sind wir jetzt gerade hier. Müssen noch ein paar Informationen sammeln und haben jetzt einfach mal, ups, haben jetzt einfach mal übelst Spaß, mal ein bisschen, übelst Bock, noch ein bisschen Spaß zu haben mit dem scheiß Heli hier. So, Liga, ähm. Da ist ein anderer Heli. Und Unidad-Patrouille auf uns aufmerksam gemacht, wohnen da. Hinter dir. Über dir. Jetzt, jetzt vorwärts und über. Juhu. Kannst du mal versuchen, drauf zu schießen? Hast du Geschütze? Oh ja. No shit, Jungs, no shit. Ich sag mal, dass wir da sind, wa? Das war's schon? Da ist ein Flugzeug. Oh. Oh. Boah, wie hat er dich direkt drauf geiert. So, wie können wir mal zu irgendwo hinfliegen? Ne? Ja, sag mal an. Da werden Story-Einsatz. Ja, das war der, wo wir gerade waren. Wirklich? Okay, pass auf. Hier hinten sind... Oh, hier ist eine Stadt voller Informationen, Digga. Lieb mal da hin. Und wenn irgendwas bis dahin kommt, schießen wir es kaputt. Und hältst davon. Spiel. Da, wo die fünf Kilometer sind. Ah, den Punkt A meinst du. Ja. Direkt. Warte mal. Jetzt. Ja. Das heißt, ich habe das andere Ding ausgestellt, deswegen. So, ja, ansonsten, Freunde, wir sind wieder zusammen hier am Zocken. Das ist bei uns, weil es jetzt locker, jetzt mal irgendwie sechs Wochen oder sowas, wo man sich gesehen haben, oder? Also, Pima, auch nicht so sechs Wochen ausgerechnet. Kann ich hinkommen? Und hin, ja. Ja, weil der Philipp hat gesagt, nee, er muss unbedingt irgendwie Age of Empires 2 die ganze Zeit durchbrettern und hat keine Zeit für mich und so. Ne? Ich bin gespannt, ob wir da noch irgendwelche Aufnahmen machen. So, Digga, kannst du auch mal den Boost hier irgendwie reinkleiden, oder? Gibt es hier was? Wiss ich nicht. Wo musst du wissen? Hier rechts wäre eine Basis, waren wir da gerade drinnen? Ne. Ey, willst du mal die Basis mehr kriegen hier rechts von uns? Das ist doch der Hauptauftrag. Finden sie den Hauptservergeheimlager, das war der gerade. Da waren wir gerade drin? Ne. Da waren wir gerade drinnen. Es ist quasi der... Oh, das ist ein Hedi. Komm, Digga, ich mach den Hauptauftrag. Oh, du machst den ganz alleine weg, wach? Ach so, das ist gerade ein Nadelling. Oh, das ist so ein Dingshomstier, so ein Convoy. Mit Heli. Easy, Digga, komm, wir holen uns den Convoy. Ja, hier. Und nicht einfach. Warum kann ich nicht drücken? Immer weiter runter, kannst du weiter runtergehen? Ja. Unter dir ist ein Heli. Oh, wenn du... Oh, 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 oh. Geh nicht weiter runter. Geh nicht weiter runter. Geh nicht weiter runter, die ist ein Heli. Obwohl, gehen wir da runter. Ah, was macht der denn? Nichts macht der. So, gibt's nur noch die da eigentlich? Ich glaub, wir haben's, ne? Oh, ne, da unten. Ah, schiet der. Komm schon, komm schon. Wo schießt du hin, Digga? Soll ich sich... Ah, kacke, jetzt ist der schon wieder voll im Arsch, ich denke. Ich setze dich erst mal ab. Sag mal aus. Jo. Wo ja, das kaputt geht. Fick der Scheiße. Und mal suchen, was der hier... Ja, und ihr seht, wir haben auch nichts mehr... Oh, ja, mach mal im Singflut, das ist ja geil, Mann. Ich bin da unter dir... Ja, sieht nicht gut aus. Aber übelst geilvoll. So muss das laufen, Freunde. Das nenne ich mal Luftunterstützung, ne? Ups. Na toll, ich hab nicht getroffen. Ich bin tot. Ich weiß noch nicht, weil wer mich abgeschossen hat. Das war voll cool aus, Mann. Okay, wir schneiden den Clip bis jetzt raus, ne? Wo waren das? Ja, du bist auch tot. Ja, Mann, aber ganz komplett ohne Schanze. Ich hab nicht mal gesehen, dass er immer auf mich geschossen hat. Ich dachte, wir sind hier irgendwie... Wir machen jetzt hier irgendwie so ein Trailer-Video, weißt du, so... Naja, dann nicht. Das war jetzt ein bisschen Quatsch. Wir werden uns noch ein paar Informationen besorgen und dann geht's wieder wie immer los mit den ersten Missionen. Bis dennne. Und dann professionell. Aber hallo.